hey leute ich wollte mich einfach mal an der stelle bedanken für die tolle resonanz auf die videos von betriebsmannschaftstraining dass da doch so viel interesse war was mich natürlich motiviert weiterhin videos da auch zu teilen und aufzunehmen und die kamera bzw das stativ sollte morgen da sein und bin schon sehr gespannt das auch zu testen dass ich euch da weitere highlights zeigen kann die teilnahme beim bomser firmencup ist auch fix bin ich schon sehr motiviert da mein bestes zu geben 30 mai rot im kalender anstreichen habe richtig bock darauf kein tor zuzulassen für die gegner und der viege soccer cup ist auch noch in der vorbereitung auf hochtouren selbstverständlich 22 juni freut mich sehr dass er mich da auf dem weg begleitet und dass da wirklich so viel interesse besteht was jetzt auch von gaming und streaming etwas abweicht aber auch nicht an der stelle einfach mal bedanken dass das so gut bei euch ankommt und ja war gerade noch unterwegs gemütlich beim kartenspielen im stammlokal paar bierchen getrunken auf ganz entspannt und ja freue mich wenn wir uns wiedersehen beim nächsten mal bin auf dem weg nach hause und morgen geht es wieder ins büro so wie das halt ist bei einem volltime job oder fulltime job wie man ja sagt macht's gut euer racy bis dann ciao ciao bis zum nächsten video und zum nächsten stream macht's gut